hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge konan exiles erst mal ein bisschen noch am weg bevor wir nach hause sind weil ich möchte doch mir ein paar sachen anschauen wir haben hier wieder was entdeckt wie wir gerade gesehen haben das ist ja eigentlich das solle dran eigentlich das spiel wird nie langweilig ich glaube ich muss so entlang komme ich an eine kartengrenze und dann das auch nicht gerade vorteil muss man schauen dass ihr ja richtig am weg bin schauen ob ich da noch verfolger habe ja ich habe ja noch verfolger wie man ja sieht ich glaube da bin ich richtig schauen also dass ich hier runterkomme ohne dass ich den skorpion da an die backen habe also die skorpione waren da früher nicht so viel ich glaube es leckt hier ein bisschen ja ich glaube da bin ich jetzt wo ich hin wollte da ist die verbotene stadt ja eisen eisen ich suche auch was anders als eisen weil hier hinten gibt es jede menge eisen könnte bei mir mal auf die in die karte wir sind jetzt hier ok wir sind hier ich will ja hier was markieren so betreiben wir das uns einfach ein haben wir in markierung uns gesetzt wo das ungefähr umgeht dass man das natürlich nachher wieder finden so ich habe eigentlich eine andere stelle gesucht aber leider jetzt nicht gefunden vielleicht finde ich dir so her muss man mal schauen weil zum trinken haben wir mit zum essen haben wir mit also zeit haben wir denke ich mal auch oder was meint ihr dazu wieder die hausdauer mache aber das gute dran ist wir haben ja bald ein neues level erreicht da sind wir da wo jetzt nicht davor war vielleicht ist das hier vorne weiß ja da waren skorpione auch an der stelle früher wenn ich dort bin schon sehen ob es das ist was ich suche aber wo sind wir denn ja wir sind hier da wo ich hinwollt sind wir gegen den kleinen skorpion habe ich eine chance aber nicht gegen den großen ich bin jetzt eigentlich wegen denen hier hauptsächlich er das ist selber so kann ich mir dann also silber bahnen und das alles hier herstellen da gibt es hier nur ganz wenige hier auf der auf die ganzen karte stellen das ist eine stelle davon jetzt hier drüben haben wir auch eine stelle kann man ja auch mal so probieren so wie also habe ich schon besiegt okay dann ist es gut wir wollen ja hier oben auf jetzt immer noch die ganze hauptsache wo ich gesehen nein hinten rücks muss man aufpassen denke mal ich lege hier mir eine matratze hierher so nicht dass ich das sterbe und ich lege ich will ich ja erscheine dann so anders nein das will ich auch nicht müssen wir schauen dass wir hier wieder heilen aber wir sollten denke ich mal nicht da vergessen aufs essen so es gibt hier nämlich noch ein paar so kleine stellen wo es hier schön silber gibt hier geht es auch in einen dungeon rein in der stelle früher hat es hier mehr ach jetzt wollte ich in den dungeon drin ich wollte gar nicht rein in den dungeon ich finde sie schon ah der ist kaputt okay ich habe schon gedacht so nehmen wir gleich hier mit ich bin überlastet wegen meiner matratze über stein ist aber mir hat einer mal gesagt ja franz nimm alles mit alles sammeln ja dann machen wir es doch auch wir wollten ja auf der karte jetzt wir uns markieren gibt es ja noch was jedenfalls ein bisschen silber haben wir damit titanium aber auch was man das titanium braucht wir werden jetzt hier auf der karte ja dann gleiches mal geht doch so wir wollen natürlich hier uns ein hinweis hinterlegen wo was ist so ok wo habe jetzt das eisen alles da oben so weit bin ich gegangen man glaubt es kaum muss mal schauen wo das jetzt ist in welche richtung in diese richtung so und dann rechts ja schauen wir mal hier ist auch noch ein bisschen silber jetzt kommen wir gleich hier wieder steine ablegen ja silber haben wir alles mitgenommen dann machen wir uns auf den heimweg wir gehen aber hier durch die 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 ein bisschen aufpassen oder nee wir gehen nicht durch lieber nicht sonst sterbe ich wieder und ich habe aber eigentlich keine bock hier durch die stadt zu gehen und zu sterben jetzt machen wir anders da wir schaffen das zurück nach hause schauen dass wir unsere sachen hier alles herstellen können und nachher dann gehen wir hier in elzo in namenlose stadt da sieht man ja schon die stadt jetzt hier alles hier alles hier skorpione und so müssen wir mal kurz auf die große gerade mal schauen also wir müssen jetzt hier so entlang dass wir nach hause kommen rein müssen wir rein müssen wir zumindest verhungern tue ich nicht und wurscht auch nicht das ist schon mal das wichtigste okay wo sind wir jetzt okay jetzt müssen wir rechts da lang vielleicht bei einer wieder zurückgelaufen für die zerschmetterten Quellen also jetzt hier die anderen die sind noch gefährlicher das ist cool jetzt ist mir traurig schreibt einer okay wir sehen jetzt hier den ganz großen wow wow habe ich die robert rolle platziert nein jetzt bin ich in der wüste ja toll ja ja so jetzt sind wir jetzt in der wüste gespawnt jetzt haben wir einen weiten weiten weg vor uns jetzt kann ich jetzt mal wieder aus dem anziehen kräften und ich kann nur hoffen dass mich keiner blindert jetzt jetzt mal hin und das ist ja in die richtige richtung aber ich kann jetzt nochmal schnell das kann man wegschmeißen also die ausdauer ein bisschen rauf und also belastung dann tun wir zwei punkte stärke dann sind wir jetzt schon mal fertig aber ein bisschen mehr ausdauer ein bisschen mehr belastung und wir hoffen natürlich dass wir unsere sachen wieder kriegen aber das sehen wir nachher in der nächsten folge ich hoffe ihr seid wieder dabei bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal